Jo Weiter geht's Zombie Und du gehst jetzt raus Danger Was heißt das? Liebe Ich glaube auch Dann geh ich da mal rein Wie cool aus hier drin Ey verpiss dich doch man was willst du jetzt eigentlich wieder man? Boah, ich hau dir voll aufs Maul So Was musste hier denn aus? So Holz und Metall Und Bücher und Wendeltreppen Und Zombies und Knarren Ach du, was ist denn hier eigentlich los, Leute? Ah ja, jetzt Endlich wieder hier Bum 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 Boah, der Smoker Ja, hab ich doch schon alles erledigt hier Ja, super Sache Warum ich nur echt grad wo wir sind In dem Schloss Nach wie vor Ja, aber irgendwie Oh Wenn du wirklich schlossig Sieht auch hier aus weißt du? Ne Boah Ich glaube da ist ein Boomer Ja, so ziemlich wie der Scheiß Hm Hm. Aber das schafft ihr schon. Denk ich ja auch gerade. Oh. Und ne Witch für euch irgendwo. Ne Witch. Schon wieder. Hab grad eben jetzt wenig. Was heißt denn schon wieder? Bisher in jedem Abschnitt eine. Naja. Ich glaub hier oben, oder? Vielleicht. Lass das Ding. Ja, in dem Let's Play. Ihr seht, ich bin auch nur ein Mensch. Da ist doch ne Witch, oder? Ja, ich hör auch mal. Ja, ja, doch. Ich hör so nicht. Lasst mal mich mal. Wo ist die? Hört sich irgendwie sehr, sehr nah an. Ja. Ich seh sie nicht. Weißt du, die Tür kann man nicht aufmachen. Du musst hier runter. Die ist da hinten. Warte mal. Ja, geh schon mal. Wir warten hier oben, ne? Verdammt. Ach, oh nein. Äh, Hilfe. Äh, Smoker hat mich, Smoker hat mich. Hilfe, Hilfe. Danke, danke, danke. Äh, dafür ging ich nicht wieder. Oh oh. Fuck. Oh man. Oh man. Oh man. Was für ne Scheißfall ist immer hier gebeten, ey Wahnsinn. Oh man. 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 맞jem. Mai vielleicht schneiden ich einfach in Molotow schmeißen. Zoidenikatze. Mach das mal. Also nicht auch. Oh, so n Come. Polizist mit Nil. Weißt du bescheid ne? you know? Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Aber jetzt krieg ich Munition. Ich würde sagen, wir weiter hier. Oh, guck mal hier. Du wirst hier so abgeschleppt. Öse Sache. Oh Mann ey. Also in Tschechien ist das echt alles viel härter. Schilder hat mal so... Äh, Moment. US Force ist Personal. US Force ist Personal. Halt? Halt. Aber Halt ist nicht Tschechisch. Halt ist Deutsch. Ja, es ist nämlich auch nicht irgendwie so... ...amerikanisch oder so. Das ist ganz komisch. Äh, und warum sind hier eigentlich nur so... ...Polizei-Security-Menschen? Ich... Ich weiß es nicht. Das ist echt witzelig, glaube ich. Ähm, wir haben die Bilder einfach gut gefallen. Oh, hier Leute. Couch, ne? Braucht mal Hilfe. Ja, die Bilder einfach nur gut gefallen. So wie die Kampagne ausgesehen hat. Ach, ja. Deswegen müssen wir jetzt alle hier runter leiden. Na, toll. Ach so, du musst leiden, nur weil du nicht weißt, wie... ...was das... ... für einen Hintergrund hat, bis wir in Tschechien sind. Na ja, vielleicht... ...in Deutsch-Tschechien. Vielleicht sind wir ja auch wo ganz anders und du hast es einfach nicht gerafft. Du hast doch auch gesagt, dass auf dem Ladebildschirm hier... ...so... ...weil es im Schaltfächeln und so aufsteht. Moment mal, du hast das als erstes gesagt, ja? Oh, ne Sniper aus. Ja, klar. Du hast mir zugestimmt. Oh, was? Wo, 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 wo? Ne Pumpe? Ja, die habe ich schon. Sag mal dann, ja, halbautomatische Sniper, das ist neins, denkst du schon. Was ist denn hier drin? Ne Cache? Ne, keine. Wollen wir hier vielleicht mal was hinschmeißen und dann aufstehen? Ja, wenn du willst, kannst du was tun. Der ist schon da mit dabei, glaube ich. BAM! Zwei das Arschloch. Oh, hier kann man hoch. Ippi, ich gehe hier oben hin. Oh, ich hätte gleich den Kanister aufheben sollen. Oh, und ich. Ah, du sag jetzt, wir sterben. Wart hinter mir. Es lag bei mir hier alles? Äh, ja, leicht, aber... Äh, wieso kommen uns hier eigentlich 15.000 Hunter? Wieso lagts bei mir so stark? Ja, ja, eben. Und hätte vielleicht auch wer wollen... für hier meinen 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 meinen... wenn die es aufheben sollen. Für Molotow. Äh, Granatate geht nicht irgendwie schlecht. Schwechter weniger als uns. Wer soll sich nicht beschweren? ich hab die fast zölle mein gott oder vielleicht alles ein bisschen voreilig da oben sind die nehmen wir den acht geschehen ich glaube wir haben das kurz überstanden wird hier ja schon bei hinter dir hinter dir sagen wir jetzt einfach mal hier runter nur sich mit dem defi hier und jetzt brauche ich noch ein bisschen wurde es ist selbstbestimmt werden ich bin dass er selbst kohler ach so ob es stimmt was er die geile frau dankeschön ja bitte bitte werde ich hier nicht nur ja und nun geht es weiter was das jetzt ja ach da ist er wieder evil is growing be careful was heißt das jetzt das böse ja lucas hier weg ich glaube ich muss da ist eine schrutsche ja okay natürlich ist dort ist schon tot jawohl 16 ja warte mal das hat sie nur hinterlegt hm naja dann gehen wir erstmal weiter und schauen mal was wir uns noch erwartet also mindestens ein paar hier sind viele zombies würde ich mal sagen ich finde hier gibt es deathless special infected ah ja der sitzt gerade auf meinem kopf hm wieder so geiles wasser ne noch ein schocker also ist echt ganz schön viel special infected hier ja ne jeden fall so so ich würde sagen wir müssen hier rein oder der wird da weggezogen leutz ich glaube wir müssen hier rein oder ach so ja ja im Moment mach 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 bist du tot? oh ne doch nicht selbst wisst du darfst jetzt auch gerne mal was machen mach doch nicht ich überlasse dir jetzt die kommentarführung äh wo kommen wir jetzt hin äh wo kommen wir jetzt hin geheimen in der U-Bahn-Station ok selffel was denn du bist jetzt ein alter der kommentarführung ok ich bin ja schon mal drinnen weil da draußen ist nämlich ne witch falls keinem aufgefallen ist ne witch interessiert mich irgendwie schlecht ich bin grad am also ich geh nicht mehr aus dann helft dir ach hallo da ist die witch nicht oh fuck hey coach coach mach was hey oh scheiße die witch guckt guck weg geht grad auf oh fuck oh fuck ich mich nicht also ich möchte sie sich verschrecken du ich bin immer noch nicht vor ich würde sagen wir rennen dann machen wir schnell die Tür zu oder ey ich glaub die hat voll die Verstopfung die sitzt so da als wir zu scheißen müssen ich geh rein okay tschüss 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 oh okay also Ja, das war's.